Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Sabine Schumann. Hallo Sabine, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, ich bin Sabine, ich habe zwei Töchter, ich lebe getrannt vom Vater meiner Kinder und ja, ich wurde in Berlin geboren und wohne auch in Berlin. Ich lebe in einer lebendigen und liebenden, glücklichen Bezogenheit und ich sage das so, weil wir keine klassische monogame Beziehung leben und weil das einen Bezug zu dem Buch hat. Das sind jetzt die äußeren beschreibbaren Fakten über mich, die sich nicht ständig ändern und jetzt würde ich gerne über mich noch was erzählen über meine inneren Themen, weil die inneren Themen ja auch Inhalt des Buches sind, aus dem ich vorlese heute. Und die inneren Themen sind ständig in Bewegung, wie sicherlich jeder aus eigener Erfahrung weiß. Also ich habe über 25 Jahre erfolgreich Karriere gemacht in der Wirtschaft, in der IT und Digitalisierung und ich war erfolgreich und gestresst und genervt und besonders seitdem meine Kinder auf der Welt waren. Weil ich hatte Vorstellungen im Kopf, wie ich zu sein habe und so habe ich gelebt. Mein Anspruch an mich selbst war zu funktionieren und zwar so, dass mein Umfeld zufrieden war. Ich habe nicht auf mich und meine Gefühle gehört, sondern einfach gemacht. Und zwar so, wo ich dachte, dass mein Umfeld das von mir erwartet und mein Arbeitgeber das von mir erwartet. Und dann habe ich irgendwann erlebt, dass ich das Leben von einer Sekunde auf die nächste radikal ändern kann. Das habe ich zweimal erlebt in meinem Leben. Das erste Mal, kurz nach der Geburt meiner zweiten Tochter, da hatte ich einen Schlaganfall und die Diagnose einer ganz seltenen Krankheit, worauf ich zwei Bypasse in den Kopf operiert bekommen habe. Also so Kopf auf, Bypass rein, Kopf zu und das Ganze zweimal. Und ich habe mich nach dieser Krankheitsgeschichte, habe ich mir nicht viel Zeit gegeben, um wieder auf die Beine zu kommen und habe nicht auf meine Gefühle gehört, sondern einfach wieder ganz schnell funktioniert. Ich bin dann anschließend Vollzeit mit zwei kleinen Kindern wieder in meine Karriere eingestiegen, was auch ein paar Jahre gut gegangen ist und ich habe gut funktioniert und hatte dann ein paar Jahre später einen Burnout mit schweren Depressionen. Als ich in meinen Depressionen festhinkerte, erinnerte ich mich an Carl Gustav Jung. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Der hat mal gesagt, bis wir uns das Unbewusste bewusst machen, wird es unser Leben lenken und wir werden es Schicksal nennen. Ich habe mein Unbewusstes entdeckt und damit die Konditionierungen aus meiner Kindheit und wie die mich gesteuert haben. Da habe ich beschlossen, mein Unbewusstes ans Licht zu holen. Denn was ich im Bewusstsein habe, das kann ich ändern. Und ich kann mich entscheiden, meine Ängste zu überwinden und für mein persönliches Glück zu gehen. Ja, und darüber geht es jetzt letztendlich auch das Buch. Es geht über die Selbsterforschung. Ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie dein Buch heißt. Mein Buch heißt Kotze Angst und Swinger Club. Eine wahre Geschichte über die Suche nach der Liebe. Dieses Buch ist meine Selbsterforschung. Es ist meine Reise zu mir selbst. Und ich werde davon heute erzählen und ich habe den Schwerpunkt meiner Lesung heute auf die Selbstliebe gesetzt. Und warum haben wir die Selbstliebe oft nicht und wie können wir sie finden? Und wenn ich das Buch pitchen sollte, dann würde ich folgendes sagen, oder dann sage ich folgendes. Wenn du dich nach einem zufriedenen und glücklichen Leben sehnst, in der Liebe und in allen deinen Beziehungen stabil und resilient sein möchtest, egal was um dich herum passiert, dann ist dieses Buch für dich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil du musst jetzt unbedingt anfangen zu lesen. Also ich glaube, wir haben noch ganz viel zu besprechen über dein Buch. Das machen wir auf jeden Fall nachher. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt und fang doch gerne mal an. Okay. Ich fange an mit einem Zitat von Rumi. Deine Aufgabe ist nicht, nach Liebe zu suchen, sondern nach den Barrieren in dir selbst, die du gegen die Liebe errichtet hast. Die erste Geschichte, die ich lese, heißt Am Anfang war Nebel. Die Geschichte beginnt in der Peripherie, im Urschleim, in der Kindheit. Himmel, ich bin heute so versammelt in mir selbst, dass meine Kindheit skurril erscheint. In meiner Kindheit war nix, ein großes, schwarzes nix. Ich erinnere mich an nix, Nebel, graue Suppe. Wie tot. Kindheit hat nicht stattgefunden. Das geht auch gar nicht, sagt der Kopf. Doch, das geht. Mein Baby und Kind sein fand im Kopf statt. Ausschließlich. Im Kopf meiner Mutter. Und zwar allein. Allein im Kopf und ich allein auf der Welt. Ein verdammtes Einzelkind war ich. So eine wie dich wollte ich auch kein zweites Mal haben. Du bist selbst schuld, dass du keine Geschwister hast. Jede Nacht hast du gebrüllt. Bis zu deinem dritten Lebensjahr. Meine Mutter. Ich wünsche dir genau solche Kinder, wie du eines warst. Sätze, mit denen sie mir gern erklärte, was für ein Kind ich war. Mit der Saugglocke auf die Welt gezottelt, nicht gestillt. Das ging nicht. Nach der Uhrzeit gefüttert. Im Bett der Eltern schlafen. Ich will doch kein verwöhntes Kind. Auch meine Mutter. In meiner Peripherie war schnell klar, worum es in meinem Leben ging. Worum eigentlich? Für mich jedenfalls ums Nicht-Fühlen. Der Fokus lag auf dem Kopf. Schon bei der Geburt. Mein Kopf wurde gebraucht, um die Saugglocke dran anzudocken. Um mich aus dem Körper meiner Mutter zu reißen. Ich, Parasit, habe ich es mir doch tatsächlich neun Monate in ihrem Bauch gut gehen lassen. Einfach so. Und dann habe ich mich nicht einmal angestrengt, um auf die Welt zu kommen. Sie mussten sich mit der Saugglocke holen. Diese Kopfgeschichte zieht sich durch mein Leben. Wie ein roter Faden. Peripherie. Ist schnell zusammengefasst. Erstens, Saugglocke. Zweitens. Einzelhaft im Gitterbett am anderen Ende der Wohnung. Am weit entferntesten möglichen Punkt vom Schlafzimmer meiner Eltern. Der noch in der Wohnung war. Meine Interpretation. Ins Treppenhaus konnten sie mein Bett ja nicht stellen. Da hätte ich noch die Nachbarn wach gebrüllt. Drittens. Kindergarten. Nix. Nebel. Gehört zum Urschleim. Viertens. Schule. Geräuschlos für meine Mutter. Immer gute Leistungen, ohne dass sie mich unterstützen musste. Musik bewegt mich, ich singe gerne. Hör auf zu singen, das kannst du nicht. Es klingt schrecklich. In der dritten Klasse versuchte ich, in den Schulchor zu kommen. Ich werde abgelehnt als einziges Mädchen, von allen Mädchen. Sag ich doch, du kannst nicht singen. Fünftens. Konfirmation, Abitur, Ausbildung, 40 Stunden Arbeiten mit Abendstudium, Abschluss, Diplomkauffrau, Karriere. Mit dem Kopf einen Mann ausgewählt. Kind eins. In der Elternzeit Teilzeit arbeiten, Marathon rennen und mich selbstständig gemacht. Kind zwei. Du bist nicht gut genug für deine Kinder, du musst dich mehr kümmern. Mama war immer dabei. Und meine größte Kritikerin. Und ich habe es nicht kapiert. Bis zu Kind zwei habe ich nicht einmal am Außengatter zu den Gefühlen in meinem Inneren gekratzt. Das Leben fand im Kopf statt. Ausschließlich. Es war geplant, strukturiert, sicher, glatt, arbeitsam, emotionsfrei, ohne Leidenschaft. Sei doch nicht immer so emotional. Dieses Mal kommt es nicht von Mutter, sondern vom Mann. Kopf, Kopf, Kopf. Dann greift das Leben ein. Oder das Universum. Wie das Universum es immer macht, wenn es findet, dass wir zu einseitig leben und wir dringend nachdenken müssen. Über uns. Für mich hatte sich das Universum etwas für meinen Kopf ausgedacht. Logisch. Es schlug drauf. Schlaganfall. Eine ziemlich coole Aktion vom Universum, um mich zum Nachdenken zu zwingen. Sage ich heute. Damals, zwölf Tage nach der Geburt meiner zweiten Tochter, fand das keiner cool. Ich nicht, mein Mann nicht, nicht einmal meine Mutter. Ich aber wurde zu einem Star wegen meines Kopfes. Wer hätte das gedacht? Ich hatte nämlich nicht nur einfach einen Schlaganfall. Ich hatte den Schlaganfall, weil ich eine krass seltene Krankheit habe, die hierzulande kaum einer kennt. Moja Moja ist japanisch und heißt Nebel. Und da schließt sich der Kreis Nebel. Ich habe Nebel im Kopf und das Universum schlägt drauf. Dann hat mein vernebelter Kopf nicht nur ein Problem mit Nebel, sondern auch damit, dass er auf einmal wesentliche Dinge einfach vergessen hat. Dafür war er jetzt Gegenstand von Forschung und Wissenschaft. Sehr prima. Die Neurochirurgen wussten eine Lösung für den Nebel in meinem Kopf. Kopf auf, Bypass rein, Kopf zu. Zweimal. Einmal rechts, einmal links. Der Nebel in meinem Kopf hat sich aufgelöst. Für die Neurochirurgen, für meinen Mann und für meine Mutter. Nach meinen Gefühlen hat mich niemand gefragt. Ich mich selbst im Übrigen auch nicht. Die OPs glücken, die Reha auch. Ich überlebe. Also meine Hülle überlebt. Mein Kopf ist frisch getunt. Die Zeit vergeht. Meine neugeborene Tochter wird zwei und ich steige wieder in meinen Job ein. Was tut Mensch, wenn er in Stress gerät und aus der Bahn geschmissen wird? Ganz genau. Mensch klammert sich an eingeübte Verhaltensweisen, lebt seine Konditionierungen, Muster und Prägungen bis zum Umfallen. Ich hatte gelernt, dass es im Leben ums Nicht-Fühlen geht, sondern ums Leisten, für Liebe, ums Funktionieren. Und ich war gut, wurde immer besser, erfolgreicher. Mit zwei kleinen Kindern habe ich im Management eines großen Konzerns und Zuhause geleistet. Nicht gefühlt habe ich die ganze Zeit und die ganze Welt. Eines schönen Tages kommt das Fühlen und ich falle ein zweites Mal um. Wieder auf den Kopf und wieder greift das Leben ein. Depressionen. Kind, siehst du? Fühlen ist gefährlich, es bringt dich in die Klinik. Wie fühlt es sich eigentlich an, geliebt zu werden? Ich versuche das zu verstehen und zu fühlen. Und forsche dazu. Ich begebe mich auf eine lange, lange Reise. Gefühlsforscherin. Auf dieser Reise verliere ich zwei Menschen und meinen Managerjob mit sechsstelligem Jahresgehalt. Ich habe die Menschen nicht wirklich verloren, das ist mit dem Kopf gedacht. Ich habe sie auf ihre Position verwiesen und die ist nicht im Mitquatschgebiet meiner Aura. Meinen Mann, den Vater meiner Kinder und meine Mutter. Das war hart. Für meinen Kopf. Ich habe Tabus gebrochen und die Gebote Gottes. Du musst Vater und Mutter ehren. Doch mein Herz ist aus dem Häuschen seitdem. Es gluckst und vibriert vor Freude. Es tanzt und lacht, fliegt und wirbelt durch Wolken. Die Blumen sind kunterbunt, der Himmel ist blau und Pippi Langstrumpf mein Vorbild. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich tanze und singe Lieder. Hammer, dass mein Kopf für diese Erkenntnis zwei Schläge gebraucht hat. Ich lese jetzt die nächste Geschichte aus dem Buch vor. Die hat den Titel Wie fühlt es sich eigentlich an, geliebt zu werden? Aus den Erfahrungen in meiner Kindheit sind meine Konditionierungen entstanden und ich habe meine Glaubenssätze kreiert. Ich bin nicht gut, wie ich bin. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin zu viel. Ich bin nervig. Ich falle zur Last. Ich bin nicht wichtig. Alle anderen sind wichtiger. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Hauptsache, den anderen geht es gut. Ich komme schon klar. Wenn ich immer freundlich und höflich bin und mich unterordne, hat mich meine Mama lieb. Dann haben mich die Menschen lieb. Wenn ich immer alles perfekt mache, werde ich geliebt. Was ich fühle, ist bestimmt falsch. Andere wissen, was gut für mich ist. In mir wachsen Persönlichkeitsanteile heran, die laute Stimmen haben. Sie beobachten mich, sitzen auf meiner Schulter, herrschen über mich und vertreten ihre Meinung kompromisslos. Persönlichkeitsanteile, die dafür sorgen, dass mein Körper mit extrem unangenehmen Gefühlen geflutet wird, wenn ich nicht ausführe, was die Stimmen in mir befehlen. Die lauten Teammitglieder meines inneren Teams sind geboren. Kompromisslose Glaubenskrieger. Meine Bagage. Mein konditioniertes Ich. Willkommen. Du musst. Du bist zu viel. Du bist nicht gut, wie du bist. Bloß nicht auffallen. Und die Perfektionisten mit ihren Geschwistern. Du musst immer alles richtig machen. Und du musst immer alles perfekt machen. Geboren wurde in meiner Kindheit auch die Bedürftigkeit. Nach jeder Menge Liebe und Anerkennung, die ich fortan versuche, durch Leistung zu verdienen. Leistung im Job, Leistung in der Liebe, Leistung beim Sex. Perfekte Leistung natürlich. Funktionieren. Immer und perfekt funktionieren wird zu meiner Lebensmaxime, zur Messlatte, anhand derer meine innere Bagage, meine Handlungen und mein Verhalten bewertet. Wohin hat mich das geführt? In Beziehungen zu Männern, die auch finden, dass ihre eigenen Bedürfnisse die wichtigsten sind. Und es ist perfide. Dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, ist es mir nicht einmal aufgefallen. Ich selbst habe es genau so gewollt, wie meine Mutter es mir beigebracht hat. Ich habe nie gelernt, meine Bedürfnisse zu formulieren oder sie konsequent zu vertreten, für sie zu kämpfen schon gar nicht. Meine Grenzen auch nicht. Ich habe nicht einmal gelernt, meine Grenzen wahrzunehmen. Ich spüre nicht, dass ich Grenzen habe und eigene Bedürfnisse. Ein verdammter Blindspot ist das. Ich bin nicht als eigenständig fühlendes Individuum angelegt. Die anderen zuerst. Immer. Ohne zu fragen. Das ist auch beim Sex so. Mir ist immer nur wichtig, dass es dem Mann gut geht. Ich komme dann schon klar. In einer Beziehung sagen, was ich will, weil ich bin, wer ich bin? Was denn eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Fühle ich nicht? Weiß ich nicht? Habe ich nicht gelernt? Und auch nicht gemacht? Das hat übrigens keinen Mann gestört. Sie haben alle ihren Spaß. Die wenigsten Fragen. Ist mir aber auch nicht aufgefallen. Lange Zeit. Meine Mutter hat mich auch nie gefragt, was ich fühle und möchte. Und wenn ich mich fühle, werde ich korrigiert, wie man zu fühlen hat oder ignoriert. Dann verheilt mein Gefühl im Orbit. Keine Resonanz. Ich bin perfekt im Einordnen, im Unterordnen, im Mich-Nicht-Wahrnehmen. Nicht meine Grenzen. Nicht meine Bedürfnisse. Das ist krass ungesund. Ich frage mich auch nie, was ich wirklich möchte. Ich nehme an, es ist das, was mein Umfeld gut findet. Heute als Erwachsene ist es so verdammt schwer, diese Kindheitsprägung mit ihren bekloppten Konditionierungen wieder loszuwerden. Ich renne immer wieder rein. Ins Mich-Unterordnen. Ins Lächeln. Als Antwort bei Konflikten. Anstatt in die Wut zu kommen. Klingt perfekt fürs Gegenüber? Verstehe ich. Ist es auch. Und auch perfekt für jeden Arbeitgeber. Das sind die besten Angestellten. Erstmal. Kurzfristig. Bis sie dann zu viele ihrer Grenzen und Bedürfnisse nicht gesehen haben. Dafür aber geleistet haben. Fürs Wohl der Firma. Für den Shareholder-Value der Aktionäre. Und auf dem Boden liegen. Bewegungslos. Ausgebrannt. Die Ausgebrannten. Die, die nicht fühlen können, wer sie sind, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Die keine Grenzen setzen können. Die Ausgebrannten sind kaputte Seelen. Menschen, die nie gelernt haben, dass sie wertvoll sind, so wie sie sind. Mit ihrer eigenen inneren Wahrheit. Und mit allem, was sie fühlen. Menschen, die zu dem wurden, wie andere sie wollten. Die Eltern. Zu Fremden im eigenen Körper. Es fühlt sich nicht gut an und irgendwann kracht es. Nein, falsch. Es brennt. Der Mensch brennt. Immer. Die Seele nur noch schwarze Asche. Nichts übrig. Weggearbeitet. Geleistet. Angepasst. Untergeordnet. Über die eigenen Grenzen hinweg. Schiefgelaufen. Vermurkste Kindheit. Was tun? Wie geht das denn nun? Geliebt werden. Und wie fühlt es sich an? Nach dem Brennen kommt das Aufstehen. Seele nähren. Samen werfen. Blümchen pflanzen. In der Seele nur. Wie? Ich habe die Liebe in Partnerschaften gesucht und in Beziehungen zu Männern. Und ich bin immer wieder gescheitert mit den Männern. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu fragen, ob das vielleicht nicht an den Männern liegt oder ob es vielleicht an mir liegt, dass ich immer wieder scheitere in Liebesbeziehungen. Und habe dann ein bisschen geforscht und bin auf mein Unbewusstes gestoßen und darauf, dass in der Beziehung wir immer das Verhalten aus der Kindheit eben wieder herstellen. Und ich habe dann angefangen, mein Unbewusstes zu erforschen und habe mir das bewusst gemacht. Dann lese ich jetzt die nächste Geschichte. Die hat den Titel Ein Stück Ich gefunden. Heute Morgen habe ich ein Stück Ich gefunden. Ein wichtiges Stück Ich. Ich brauche das Ich, um mich ganz zu machen. Jahrelang bin ich schon auf der Suche. Ich wusste und konnte immer fühlen, dass mir das Stück Ich fehlt. Und gleichzeitig war ich gelähmt und konnte das Stück Ich in mir nicht befreien. Es war immer da. Manchmal habe ich es rufen gehört und laut schreien in mir. Mir fehlte der Schlüssel zur Kerkertür, in dem es steckte. Ich weiß nicht einmal, wie es dort hingekommen ist. Was ist dem Stück Ich passiert? Ist es einfach gegangen, ungeliebt und ungesehen, klein und leise verschwunden? Weil es sich im Dunkeln leichter ertragen lässt? Das Ungeliebtsein, das Ungesehensein? Oder weil es ungefährlicher ist? Oder habe ich es geschickt, das Stück Ich? Es war lange dort, bestimmt 20 Jahre. Es hat meine Lebendigkeit mitgenommen, meinen Stolz, mein Selbstbewusstsein. Alle zusammen haben sie in diesem Kerker gehockt, 20 lange Jahre lang. Heute Morgen kann ich es auf einmal fühlen. Es brüllt mich aus seiner Verlies an, ganz laut. Da lasse ich es heraus, einfach so, ganz ohne Drama und ohne Schlüssel. Den brauche ich gar nicht mehr. Und das kam so. Mein Leben besteht daraus, es anderen Menschen recht zu machen. Und bequem. Und schön. Ich selbst bin dabei nicht so wichtig. Ich schenke mir Dinge und mache Dinge still und leise. Ich rede darüber nicht. Es interessiert auch kaum jemanden. Niemand fragt nach. So wie ich immer nachfrage, weil es mich interessiert, was Menschen fühlen und machen. Kaum einer weiß, dass ich schreibe. Und wenn ich von mir erzähle, nicken die Menschen. Ich glaube, manchmal verstehen sie nicht wirklich, was ich sage. Ich kenne das. Und dann sage ich nichts mehr. Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Ich mag das Schreiben. Ich mag große Schriftsteller. Psychoanalytiker und Philosophen. Weil diese Menschen so herrlich tief und um die Ecke denken. Still und leise. Sie sind mir so ähnlich und ganz nah. Nehmen Anlauf und kehren mit Schwung und herrlich kribbelnden Flugbewegungen durch ihre Hirnwindungen. Rodeln auf ihren Emotionen die Arterien entlang. In schwindelerregendem Fall stürzen sie ihre Gedanken von ganz oben nach unten. Um im nächsten Moment eine krasse Linkskurve zu fliegen. Ums Herz herum und von hinten hinein. Ich liebe das. Also habe ich mir ein siebenwöchiges Seminar geschenkt. Denken lernen. Die Schule der Philosophie. Gestern bin ich mit Gleichgesinnten zwei Stunden lang Denkachterbahn gefahren. Und durch den Gedanken-Irrgarten sind wir auch gestapft. Nach zwei Stunden Denken war ich höchst zufrieden und saumäßig erschöpft. Es hat offensichtlich etwas mit mir gemacht. Das habe ich heute Morgen gemerkt. Weil ich ein netter Mensch bin und stets möchte, dass es allen gut geht, stehe ich morgens für meine 15-jährige Tochter auf. Koche ihr ein Teechen, presse frische Orangen aus und bin zugleich Kleidungsberaterin und Stylingberaterin. Immerhin. Duschen, anziehen und schminken kann sie sich allein. Aber würde sie mich da um Hilfe bitten, ich würde es wohl machen. Wie immer ist meine Teenager-Tochter zu spät dran. Und wie immer kann meine Teenager-Tochter keinen Stress und keinen Zeitdruck ertragen. Dann vergisst sie sich und zeigt Impulskontrollstörungen. Oft habe ich das schon erlebt. Oft hat sie sich entschuldigt und ich verziehen. Heute Morgen ist es anders. Heute Morgen ist mir bewusst geworden, dass hier etwas Grundlegendes nicht stimmt. Meine 15-jährige Tochter ist nur ein Symptom dafür. Es gibt und gab immer Menschen, die so mit mir umgingen. Und ich habe es lange Zeit nicht gerafft. Irgendwann habe ich es gerafft und konnte trotzdem nicht darauf reagieren. Während sie sich also in ihre Dogmatensstiefel schnürt, stellt sie fest, dass sie ihr Parfüm vergessen hat. Sie bittet mich, dieses aus ihrem Schrank zu holen. Da ich mich im Schrank meiner Tochter nicht auskenne und wie immer alle Jalousien unten waren, kann ich es nicht finden. Lauter werdend, fast brüllend, gibt sie mir Anweisungen. Ich finde das Fläschchen trotzdem nicht. Lautes Brüllen ersetzt nicht meine Sehkraft. Da stapft das große Kind in ihr Zimmer und schreit mir entgegen. Wie kann man nur so bescheuert sein und das nicht finden? Da verstehe ich es auf einmal und die Kerkertür geht auf. Das Stück Ich in mir war zurück. Erst meine Mutter, dann der Vater der Kids, jetzt das große Kind. Mich nimmt niemand ernst. Ich bin toll und gern gesehen, solange ich es allen schön mache. Dann nehmen sie mich wahr und sagen Danke. Meine große Tochter macht das, die Kleine auch. Der Ex hat das nicht gemacht. Meine Mutter selten. Weil ich so leise bin? Weil ich nicht auf die Kacke haue und Angst und Schrecken verbreite? Weil ich nicht jedem erzähle, was für eine tolle Hechtin ich bin? Heute Morgen habe ich schlagartig alle Dienstleistungen eingestellt. Als das Teenagerkind kurz nach ihrem Abgang anruft, gehe ich ran, weil ich tatsächlich denke, sie wolle sich entschuldigen. Nein, will sie nicht. Sie hat ihre Mund-Nasen-Bedeckung vergessen und will, dass ich ihr eine runterbringe. Ich öffne ihr die Tür, als sie klingelt. Unten und oben. Eigentlich hätte das Programm so ausgesehen. Ich wäre zu dem Fach geeilt, wo unsere Masken liegen. Hätte eine rausgenommen, wäre in meinem Bademantel durch den Hausflur nach unten gestürzt und hätte sie ihr gegeben. Ich hätte dabei alle meine Bedürfnisse einfach übergangen, damit es ihr gut geht und sie pünktlich ihren Bus bekommt. Verrückt, oder? Sie kommt nach oben, motzt rum. Du hättest ja wenigstens die Maske aus dem Fach nehmen können für mich. Weg ist sie. Die ganze Szene spricht für sich. Energetisch. Machtverhältnismäßig. Die Szene spricht ein Lehrstück über Würde, Respekt und bedingungslose Liebe. Und darüber, dass manche Menschen mit bedingungsloser Liebe nicht umgehen können. Groß und gewaltig ist das. Kein weiteres Wort nötig. Nun sitze ich in meiner Küche und vergieße ein paar Tränen. Bin tief getroffen. Und da merke ich das Stück Ich in mir wieder. Es schreit ganz laut in mir. Ich mache einfach den Mund auf und spreche aus, was es in mir ruft. Hallo? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Ich habe einen scheiß Schlaganfall überlebt und zwei scheiß Bypass-Operationen im Kopf. Ich habe mich aus einer scheiß Beziehung befreit, aus einem scheiß Arbeitsverhältnis. Ich habe scheiß Anwälte bemüht. Diese haben meinen scheiß Ex-Mann zur Auszahlung der Hälfte des Hauses gezwungen, dessen Kredite ich auch zur Hälfte bezahlt hatte. Und sie haben meine Firma zur Zahlung einer überaus großzügigen Abfindung bewegt, sodass ich jetzt einfach mal ganz in Ruhe sein und überlegen kann, was ich mit dem Rest meines Lebens mache. Ich soll bescheuert sein. Ich finde, ich bin ein ganz schöner Smartass. Ich erwarte Respekt. Und zwar auch, wenn ich diesen nicht durch Angstverbreitung einfordere. Ich habe Menschen satt, die mich benutzen, auf mir rumtrampeln, um sich selbst größer zu fühlen. Auch nicht meine eigenen Kinder. Keiner darf das. Nie mehr. Das Stück Ich heißt Selbstwert. Willkommen zurück. So, damit sind wir nach dieser Geschichte im zweiten Teil meiner Lesung angekommen, nämlich, wie können wir die Selbstliebe finden? Was können wir machen, um uns selber zu finden? Wir können zum Beispiel anfangen, den verschiedenen Stimmen in unserem Kopf zuzuhören. Jeder hat ein inneres Team in sich, das in unterschiedlichen Facetten kräht und schreit. Zum Beispiel die Angst oder die Perfektionistin, die Pünktliche. Das Beispiel ist zum Beispiel, wer pünktliche Eltern hatte und als Kind Ärger bekommen hat, wenn er unpünktlich war, der kann durchaus so geprägt sein, dass ihm Unpünktlichkeit mächtig auf den Wecker geht. Wir können uns diese Stimmen in unserem Kopf bewusst machen und sie liebend annehmen. Dann sind sie nämlich keine roten Knöpfe mehr. Und dann kann ich mich bewusst entscheiden, mich anders zu verhalten. Ich habe dazu einen schönen Spruch mitgebracht von Unbekannt. Veränderung findet nicht in der Meditation oder auf der Yogamatte statt. Es geschieht inmitten eines Konflikts, wenn du frustriert, wütend oder ängstlich bist und denselben alten Mist machst und dann plötzlich merkst, dass du die Wahl hast, es anders zu machen. Ich lese als nächstes eine Geschichte von meinem inneren Team vor. Aus meinem inneren Team lese ich die Geschichte, ich bin immer noch nicht gut, wie ich bin. Seit Wochen versuche ich, gegenwärtig zu sein. Ich versuche, die Dinge langsam und bewusst zu tun. Immer und immer wieder. Ich habe gemerkt, wie gut mir das tut. Es macht mich friedlich und heilt mich. Aber mein Kopf packt mich immer wieder, überrumpelt mich. Gedanken schießen mir durchs Hirn und ich werde unbewusst. Vor allem werde ich schnell und kantig. Mein Kopf will immer alles schnell machen. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Seit meinem Start ins Berufsleben. Immer wollte ich alles schnell machen. Schnell arbeiten, schnell fertig sein, schnell essen, schnell von A nach B kommen. Niemand hat das von mir verlangt. Ich selbst habe diese Maßstäbe gesetzt. Ich bin so genervt von mir und kriege es trotzdem nicht hin, in langsamer Bewusstheit zu leben und zu bleiben. Die Dinge langsam und bewusst zu machen. Also fühle ich mal in mich rein und befrage mein inneres Team. Warum ist das so? Was kann ich fühlen? Warum muss immer alles schnell fertig sein? Heute Morgen auf der Toilette wurde es mir auf einmal klar. Ich saß auf dem Klo und hatte die Eingebung. Ich konnte es fühlen. Ich bin nicht okay, wie ich bin. Deshalb kann ich die Sachen nicht langsam und gemächlich machen. Irgendjemand in mir schreit. Immer. Du bist nicht gut, wie du bist. Ist laut und alles durchdringend. Du bist nicht gut, wie du bist. Wer bist du, dass du dir Zeit nimmst, während andere auf dich warten müssen? Das ist böse. Was glaubst du, wer du bist? Mach schnell und mach fertig, damit du niemandem zur Last fällst. Renne. Schnell. Ich kann es fühlen. Schnell, schnell, schnell. Früher auf der Arbeit im Konzern, da bin ich sogar von Büro zu Büro gerannt, um die Dinge schnell zu erledigen. Bis ich mal ein Buch über den Unterschied von Frauen und Männern im Berufsleben gelesen habe. Seitdem habe ich mir das Rennen im Betrieb verkniffen. Aber nicht, weil ich es nicht mehr gespürt habe. Oh nein. Die Stimme in mir war immer noch da. Renn. Mach schnell. Seit dem Buch war da aber noch eine andere Stimme, die nun rief. Stopp, es ist nicht richtig, im Betrieb zu rennen. Kein Mann würde das machen. Kein Mann, der etwas auf sich hält oder einen Chefposten hat. Rennen ist uncool. Wer dicke Eier hat und Platzhirsch isst, der braucht nicht zu rennen, der ruht in sich selbst. Also rannte ich nicht mehr. Ich bremste mich. Und ab dem Zeitpunkt fühlte ich mich schlecht, weil ich nicht mehr meinen Drang nachging, schnell fertig zu werden. Die Arbeit im Konzern gehört ja nun der Vergangenheit an. Das Rennen und schnell, schnell machen aber ist geblieben. Ich bin nicht okay, wie ich bin. Also trete ich am besten nur kurz in Erscheinung und mache, dass ich schnell wieder weg bin. Ich kann mich heute Morgen auf dem Klo sitzend als ganz kleines Kind fühlen. Meine Welt damals dringt in mich ein. Meine Eltern, wie sie waren, wirken auf mich ein. Ich soll dieses machen und jenes. Aber nur so oder so. Denn so ist es richtig, aus ihrer Sicht. Ich weiß gar nicht, was genau. Ich kann nur spüren, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin. Und wie ich die Dinge mache. Ich glaube nicht mal, dass das an mir liegt. Ich glaube eher, meine Mutter glaubt das von sich selbst. Und mein Vater sowieso. Und ich habe es aufgesogen. Und verinnerlicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie Lob für das bekomme, was ich tue. Ich tue und tue, aber keiner sagt zu mir, boah, das war richtig gut, Sabine. Klasse gemacht. Denn hätte ich ja daraus schließen können, dass ich okay bin, wie ich bin. Weil ich das, was ich mache, gut ankommt. Aber ich mache und mache und komme gar nicht durch und an bei niemandem. Ich bin Siegerin beim Vorlesewettbewerb in meiner Schule. Ich bin Berliner Meisterin im Judo mehrfach. Ich werde in die Landesauswahl und ins Leistungszentrum geladen. Ich werde vom Bezirksbürgermeister zur Bestenehrung des Bezirks geladen. Ich bin ein Computerfreak seit der fünften Klasse und helfe Verwandten und Freunden. Aber keiner nimmt es zur Kenntnis. Jedenfalls keiner meiner Eltern und Großeltern. Stattdessen erzählen sie allen, wie aufopferungsvoll sie sind, weil sie mich sonntags morgens zu Wettkämpfen durch die Stadt fahren und mir einen Computer gekauft haben. Was das alles mit mir gemacht hat, kann ich heute Morgen spüren auf dem Klo. Ich bin nicht gut, wie ich bin. Es gibt noch eine Situation, in der ich mich selbst zu Sachen treibe, die ich gar nicht will, weil ich denke, dass ich nicht gut bin, wie ich bin. Beim Autofahren. Team Sabine fährt Auto. Du bist nicht gut, wie du bist. Schau in den Rückspiegel. Ist jemand hinter dir? Du darfst niemanden ausbremsen. Du darfst nicht zu langsam sein. Fahr schneller oder fahr nach rechts. Du bist zu viel. Achtung! Da von hinten kommt jemand, schnell angerauscht. Du hast kein Recht, den auszubremsen. Fahr zur Seite. Du bist zu viel in deinem Auto. Du behinderst die anderen. Sie müssen freie Fahrt haben. Immer. Ungehindert. Du darfst niemandem zur Last fallen beim Autofahren. Ich bin so genervt von meinen inneren Stimmen, dass ich am liebsten gar nicht mehr Autofahren möchte. Ich kriege die Stimmen nicht an der Gurgel gepackt. Erwürgen hilft nichts. Ich kriege sie nicht tot. Dass du bist zu viel und du bist nicht gut, wie du bist, aus meiner Kindheit ist nicht still zu kriegen. So lange habe ich probiert, meinen Wert klein zu machen. Mich klein zu machen, damit meine Eltern mich lieben. Ich wollte einfach unbedingt geliebt werden. Von meinen Eltern und später vom Vater meiner Kinder. Ich habe mich selbst kaputt gemacht, damit andere mich lieben. Irre ist das. Das jahrzehntelange Übte, mir jetzt abzutrainieren, erscheint manchmal unmöglich. Die Erkenntnis hilft leider nur bedingt. Sie ist ein Anfang. Ich übe weiter. Bewusst sein. Die Dinge bewusst machen. Langsam machen. Atmen. Ich sein. Auch wenn ich mal langsamer bin als andere. Ich bin es wert. Ich bin nicht weniger wert als andere. Ich habe Wert. Ich schreibe die Worte. Und ein ganz kleines bisschen kann ich sie jetzt auch fühlen. Ich bin etwas wert. Ein verdammt langer Weg ist es, das Zeug aus der Kindheit loszuwerden. Den Selbstwert wieder aufzupäppeln. Es zu tun macht Sinn. Denn wer es sich selbst wert ist, kann sich auch selbst lieben. Weiß ich. Und kann meinen Selbstwert dennoch nicht einfach einschalten. Denn um unsere Selbstliebe zu finden, können wir unserem inneren Team zuhören zum Beispiel. Und machen, was uns unsere Gefühle sagen. Dafür haben wir übrigens Gefühle. Die sind nämlich unsere innere Navigation. Und es gibt noch etwas, was wir tun können, um unsere Selbstliebe zu finden und uns zu finden. Denn um uns selbst zu lieben, müssen wir erst einmal wissen, wer wir überhaupt sind. Und ich bin Autorin. Ihr könnt es euch denken, es geht ums Schreiben. Ich lese euch jetzt die Geschichte. Papier liebt mich bedingungslos. Ich schreibe schon mein Leben lang. Tagebuch. Immer mal wieder. Es tut mir gut. Bringt mich aus dem Kopf raus. Rein ins Fühlen. Während meiner Zeit in der Wirtschaft schrieb ich gar nicht. Denn dafür war keine Zeit. Beziehungsweise nahm ich mir keine Zeit. Nach der Wirtschaft suchte ich Sinn und fand ihn. Eine Schreibschule mit Schreibcoach. Als ich am Anfang Texte schreibe, bin ich unfrei. Fremdbestimmt von der Perfektionistin in mir. Sie stottert beim Schreiben in vorauseilendem Gehorsam stets sämtliche Orthographie und Kommaregeln durch. Das ist nicht entspannt. Hält mich im Kopf und nimmt mir die Freude an Kreativität und am Schreiben. Mein erstes Schreibtraining heißt Herztraining. Ich schreibe täglich. Schreibaufgaben über das Fühlen. Und mitten in mein Herz. Die Perfektionistin in mir schicke ich in den Urlaub. Sie nimmt die Orthographie und die Kommaregeln mit. Südsee. Auf dass sie sich alle entspannen. Möglichst weit weg von mir. Okay, zugegeben, das ist krass verkürzt dargestellt. Doch inzwischen ist es Realität. Das Schreiben hat mich von meinem Perfektionismus befreit. Mein Bedürfnis als Autorin ist es, authentische Texte zu schreiben. Texte, die den Leser berühren und mitnehmen. Ihm Impulse geben. Zum Nachdenken anregen. Das schaffe ich nur, wenn ich bei mir bin. Wenn ich mich fühle. Mit allen Hochs, Tiefs und Blockaden. Authentisch ich. Nach dem Herztraining schreibe ich aus dem Gefühl heraus über meine Gefühle. Ich schreibe autobiografisch. Vom rationalen Denken in der Wirtschaft direkt rein ins tiefe Fühlen. Ich nehme alle meine Gefühle an. Ich gehe durch sie hindurch. Ich durchlebe sie. Ich habe durch das Schreiben zu mir gefunden. Okay, das ist öfter mal sau anstrengend. Doch es lohnt sich. Denn es macht mich stark und präsent. Wenn etwas in mir nagt, ich traurig bin oder mich ärgere, rede ich mit meinem Papier. Und das Papier hört mir zu. Wertschätzend. Aufmerksam. Papier sei hier ein romantisches Sinnbild. Ich rede mit dem Papier, indem ich mich und meine Gedanken und Gefühle durch meine Hände in die Tastatur und auf den Bildschirm kippe. Mein Innerstes nach außen aufs Papier. Ich vertraue mich meinem Papier an. Dabei gibt es keine Tabus. Ich bin offen und ehrlich zu meinem Papier. Und das Papier gibt mir Klarheit zurück. Und beruhigt mich. Es nimmt meine Wahrheit auf und lässt sie stehen. Unkommentiert. Unbewertet. Das Papier nimmt mich an. Ich liebe mein Papier, weil ich bei meinem Papier sein kann, wie ich bin. Ohne Angst zu haben, etwas falsch zu machen. Zu viel zu sein. Niemals würde das Papier über mich urteilen. Und deshalb vertraue ich meinem Papier auch alles an. Mein Papier liebt mich bedingungslos. Ich bin meinem Papier nicht zu dick oder nicht freundlich genug. Oder zu egoistisch. Nicht liebend genug. Zu viel. Nicht gut genug. Zu abgehoben und arrogant. Wobei, diese Gedanken bin ja ich. Meine Glaubenssätze von mir erschaffen. Höchst persönlich. Mein Papier ist mein Spiegel. Denn wenn ich meine Glaubenssätze aufs Papier projiziere, lese ich, wie irrsinnig sie sind. Und kann sie auf einmal fühlen. Den Irrsinn meiner Glaubenssätze. Wenn ich meine Glaubenssätze auf Menschen projiziere, fällt mir das gar nicht auf. Oder erst sehr viel später. Zu laut rauscht es unter den Menschen. Mit den Menschen. Mein Papier kann nicht denken. Papier ist. Ein stiller Zeuge. Ein stiller Beobachter. Das ist mein ewig totternder Verstand mit meinem Ego nicht. Darum liebe ich das Schreiben. Es bringt mir Frieden. Es nimmt mir die Last meiner Gedanken. Und klärt meine Gedanken und damit mich. Das ist eine Facette. Natürlich träume ich auch auf mein Papier. Und auch hier ist mein Papier ein stiller Zeuge meiner Träume. Niemals zweifelt mein Papier. Hey, bleib mal auf dem Boden. Sei mal realistisch. Du bist größenwahnsinnig. Das schaffst du sowieso nicht. Das ist unmöglich. Mein Papier sagt, träum weiter. Und meint es auch so. Wenn das ein Mensch zu mir sagt, klatscht mir gleich ein Flatschen Sarkasmus ins Gesicht. Und ich weiß, der Mensch meint das Gegenteil. Mein Papier ist ehrlich. Und niemals ironisch. Mein Papier hat auch noch nie zu mir gesagt, sorg dafür, dass es den anderen gut geht. Sie müssen glücklich sein. Deine Bedürfnisse sind egal. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind hier bei So ist es. Das aber hat mein totternder Verstand gesagt. Ständig. Mein Papier lädt mich ein in die Stille. Ich kann baden in der Stille und all meine Träume aufschreiben. Und damit ist mein Papier ein Enabler. Denn ich manifestiere meine Träume durchs Schreiben aufs Papier. Sie werden wahr, weil ich sie aufschreibe. Sie ans Licht lasse. Ihnen eine Bühne erschaffe. Wo sie sein können. Sein, um zu wachsen. Um groß zu werden. Und wahrhaftig. Indem ich schreibe, verändere ich. Das funktioniert. Von mir erprobt und garantiert. Wenn ich schreibe, bin ich die Energie, die Neues erschafft. Erst für mich. Und wenn ich bereit bin und mein Schreiben in die Welt lasse, dann auch für die Welt. Schreiben heißt sich ausleben, echt sein, wahrhaftig sein. Darum kommt, wer schreibt, auch bei sich selbst an. Du liest über dich selbst, von dir geschrieben. Niemand schafft es, sich schreibend in die eigene Tasche zu lügen. Verdrängte Wünsche in der Dunkelheit zu lassen. Schreiben macht dich sehr ehrlich. Das ist eine weitere Facette. Wer schreibt, begegnet sich selbst. Immer wieder. Und wem ich immer wieder begegne, den lerne ich kennen. Das ist ein perfekter Startpunkt, um sein Leben auszurichten. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was tut mir gut? Im Sinne von psychischer Gesundheit und Resilienz. Und damit auch physischer Gesundheit. Eine gesunde Seele hat keinen Grund, sich über den Körper bemerkbar zu machen. Zu sagen, hey, hallo, fühl doch mal in dich rein. Hier stimmt was nicht. Du bist genervt, gestresst, unzufrieden, unglücklich. Merkst du das denn nicht? Ändere was. Auch das ist eine Facette. Autoren sein bedeutet zu fühlen. Sich selbst fühlen. Die Welt fühlen. Wahrhaftig fühlen ermöglicht es, sich seine Welt zu gestalten. Denn wenn du dich fühlst, weißt du, wer du bist und was du willst. Und dann ist es reines Projektmanagement, um in dein persönliches Glücklichsein zu segeln. Schreiben macht glücklich. Boah, also dein erster Leseteil war ja unglaublich. Ich habe richtig mitgefiebert. Sowas liebe ich ja. Mitfiebern, mitfühlen. Und ich habe es gefühlt. Ja, also ich war ganz bei dir, muss ich sagen. Und dein Buch ist einfach nur großartig. Also das, was ich bis jetzt gehört habe. Aber wir fangen jetzt mal mit dem Interview an, mit dem Kleinen. Normalerweise stelle ich jetzt die Figurenfrage. Die macht ja bei dir nicht so viel Sinn, weil es geht ja um dich und um die Menschen um dich rum. Warum hast du autobiografisch geschrieben? Ja, ich habe angefangen mit dem Schreiben, um mich selbst zu klären. Und habe irgendwann eine Geschichte vorgelesen auf einer Lesung. Und davon waren die Veranstalterinnen so inspiriert, dass sie mich gefragt haben, wie heißt denn eigentlich das Buch, aus dem die Geschichte ist, die du da eben vorgelesen hast. Und da habe ich gedacht, ja, ich könnte eigentlich auch ein Buch draus machen. Und ich habe das Schreiben ja an der Struktur der Heldenreise gelernt, nach Joe Kampel. Und habe dann einfach die Texte, in denen ich mich selbst gefunden habe und selbst sortiert habe, in der Heldenreisestruktur angeordnet. Und habe dann noch Texte dazu geschrieben. Und ich konnte auch immer nur schreiben entlang meines Lebens. Also ich habe das erlebt, was war, und habe dann darüber eine Geschichte geschrieben. Und habe am Ende festgestellt, dass ich die Liebe gefunden habe, also die Selbstliebe gefunden habe. Und fand das so eine essentielle Nachricht, dass ich einfach autobiografisch diese Nachricht in die Welt bringen wollte mit dem Buch. Also so die Erkenntnis, wir haben ja alle unser konditioniertes Ich und handeln eben einfach so, wie wir in der Kindheit erzogen wurden, aber vergessen dabei ganz oft unsere Gefühle und fallen nur in ein Funktionieren. Und die Erkenntnis, dass man sich dieses unbewusste Handeln, was ja in den meisten Fällen unbewusst ist, bewusst machen kann und das dann einfach ändern kann. Und dadurch seine Selbstliebe findet und auch sein ganzes Potenzial leben kann und nicht ein Leben lebt, was sich die Eltern für einen überlegt haben. Und das fand ich einfach, ja, das war meine Message, die ich in die Welt bringen wollte, um die Liebe in die Welt zu bringen, um auch die Liebe zu den Menschen zu bringen. Weil das meine Überzeugung ist, wenn ich die Liebe zu den Menschen bringe und ihnen sage, wie sie in Seelenfrieden finden können, dann haben wir vielleicht irgendwann auch Weltfrieden. Das war meine Motivation. Und deshalb ist es autobiografisch geworden. Sprechen wir mal über die Orte von deinem Buch. Du hast ja bestimmt, du hast jetzt nur einen Teil erst mal vorgelesen von deinem Buch. Also dein Buch spielt ja auch an gewissen Orten. Kann man das so sagen? Ja, das stimmt. Das hat immer, eigentlich sind es nicht Orte, es sind Lebenssituationen. Das sind Lebenssituationen, die mich herausgefordert haben und an denen ich wachsen musste oder an denen ich irgendwie was erkannt habe. Und daraus sind dann die Orte der Geschichten geworden. Und dein Buch hat ja einen bestimmten Titel, Kotze Angst und Zwinger Club. Genau. Ich gehe davon aus, du hast eine Geschichte über den Zwinger Club. Warum? Genau. Es gibt auch eine lange Geschichte aus dem Zwinger Club. Auf der Suche nach mir selbst habe ich festgestellt, dass ich keine Grenzen setzen kann und nicht Nein sagen kann. Und ich war damals, habe einen Ort gesucht, wo ich das Nein sagen lernen kann und habe mir überlegt, ich muss ins Zwinger Club gehen. Weil wenn ich im Zwinger Club nicht Nein sage, dann passieren mir da einfach Sachen mit Menschen, mit denen ich das nicht will. Und deswegen bin ich ins Zwinger Club gegangen und habe da dann auch eine Geschichte darüber geschrieben mit den Stimmen aus meinem inneren Team. Und das musste unbedingt mit in den Titel. Ja, weil es ein krasser Ort ist, um es Nein sagen zu lernen. Aber ich war irgendwie auch krass drauf damals. Nicht nur irgendwie, ich war krass drauf damals, weil ich es endlich können wollte. Ah, okay. Dann verstehe ich jetzt ein bisschen mehr den Titel. Also ist auch was im Buch, das ist natürlich interessant dann. Aber das müssen die Hörer dann natürlich selber herausfinden. Ich habe aus der Geschichte jetzt bewusst nichts vorgelesen, weil es tatsächlich eine Ü18-Geschichte ist. Also die Hörer finden das dann am besten selber raus und lesen die Geschichte in deinem Buch. Magst du weiterlesen? Ja. Und zwar lese ich jetzt eine Geschichte vor, nachdem ich sehr bei mir angekommen war und meinen Selbstwert entdeckt hatte und Grenzen setzen konnte und Nein sagen konnte. Das ist die folgende Geschichte und die heißt Angekommen in der Wahrheit, Emi und der Furz. Ich fühle mich beschwingt heute Morgen. Ich habe gute Laune. So schön war mein Tanzabend gestern. Rumba. Ich finde, Rumba ist ein sexy Tanz. Ich liebe ihn. Langsam und sanft kann ich meine Hüften schwingen, mich drehen, genießen, ganz sein, eins sein. Zu wunderbarer lateinamerikanischer Musik. Und wenn der Mann die Schrittfolge drauf hat, vom denkenden Kopf im Körper ist und sich in den Tanz fallen lässt, kann der Tanz mit dem Mann eine wundervolle Begegnung zwischen Mann und Frau sein. Wir haben einen schwerhörigen Stinker in unserer Tanzgruppe. Ich glaube, er hat noch andere Probleme. Sein Stinken und seine Schwerhörigkeit jedenfalls wirken sich auf mich aus. Jede Woche trägt er den gleichen Pullover. Er stinkt nach altem Mann. Alte Männer senden auf einer besonderen Duftfrequenz. Jedes Mal, wenn ich mit ihm tanzen muss, ist meine Nase schwer beleidigt. Ich traue mich aber auch nicht, durch den Mund zu atmen, um nichts zu riechen. Wer weiß, welch Keime der Verwesung. Es muss Verwesung sein, dann unter Umgehung meiner natürlichen Nasenfilder unbegrenzt in meinem Körper landen. Nicht übertrieben. Und typisch ich. Am Anfang hatte ich Mitleid. Mein Mitleidanteil hat sehr gelitten. Mit ihm. Nicht mit mir. Oh, der Arme. Bestimmt hat er kein leichtes Leben und sucht hier Anschluss. Er ist gewiss einsam. Mein Mitleidanteil hat alles gedacht, was meine roten Knöpfe drückt und mich anfangen lässt, die Welt für den Stinker zu retten und schön zu machen. Dabei ist mir fast die Kotze hochgekommen. Jedes Mal. Aber ich habe gelächelt. Weil er mich doch immer angelächelt hat und sich gefreut hat, wenn er mich trifft. Bis ich mitgekriegt habe, dass ich auch beim Tanzen für mich sorgen kann. Muss sogar. Dass viele Frauen in meinem Tanz kurz das tun. Ich bin nicht von allein drauf gekommen. Freunde haben es mir gesagt, nachdem ich ihnen von meinem Leid erzählt hatte. Seitdem positioniere ich mich in der fröhlichen Tanzrunde so, dass ich dem Stinker nicht begegne. Dafür trete ich auch tatsächlich aus dem Kreis, den wir bilden raus, um mich dann woanders hinzustellen. Am Anfang und nochmal nach der Pause. Wenn ich muss, weil der Stinker in der Nähe ist. Wie gemein du doch bist, grölt dann immer. Der andere dürfen deinetwegen keine schlechten Gefühle haben, Anteil in mir. Ich höre ihn. Immer noch. Manchmal. Und ganz leise. Meine Selbstliebe allerdings klatscht in die Hände und schmeißt sich mit mir in die nächste Rumba. Genüsslicher Wiegeschritt. Hüfte schwingen. Mit dem jeweiligen Mann als Einheit. Schön. Drehung. Hüfte schwingen zurück zum Mann. Er nimmt mich in Empfang. Als Einheit schwingen wir weiter. Wie gestern Abend. Perfekt. Ein perfekter Tanz ist wie eine perfekte Liebe. Jeder muss auf sich achten und auch auf den anderen. Es ist wie eins sein mit dem Universum und mit dem Mann, mit dem ich tanze. Es macht mich heil und erfüllt mich. Heute Morgen schwingen die Tanzbewegungen noch in mir nach. Meine Selbstliebe klatscht im Takt der Rumba. Karamba. Hüftschwingend tanze ich durch die Wohnung. Sie ist leer. Meine Tochter ist bereits in die Schule aufgebrochen. Emmy, die Hündin, schillt noch auf ihrem Kuschelkissen im Flur. Dorthin trottete sie aus ihrem Bett, als meine Tochter in die Schule abrauschte. Emmy ist eine Langschläferin. Ich beachte sie nicht und tanze in mein Zimmer zu meinem Morgenritual. Ich gehe zu meinem marokkanischen Tischchen, auf dem ein großer Buddha thront. Ich schnappe mir das Feuerzeug, das hinter dem Buddha liegt, und entzünde das Teelicht, das vor dem Buddha steht. Die Luft im Raum ist angenehm frisch. Links neben meinem Buddha steht ein Kopfstandständer. Darauf liegt ein Stapel, bestehend aus einem großen Kissen. Darauf eine Meditationskissen und einer Kuscheldecke. Meine Meditationsausrüstung. Ich greife den Stapel und befördere ihn auf den weichen, weißen, runden Teppich, der in meinem Zimmer liegt. Zwischen Buddha, Fenster und Bett. Weit genug weg vom schwingenden Hängesessel, der vor dem Fenster von der Decke baumelt. Und schön nah dran an Buddha und Kerze. Und Ganesha. Diesen Ganesha hatte mir für Jahre ein netter Mann geschenkt. Für den Neuanfang, Sabine, hatte er gesagt. Den Neuanfang habe ich gemacht. Allerdings ohne ihn. Die Ganesha-Figur ist geblieben. Vielleicht sollte ich dem Mann mal von meinem Neuanfang erzählen, denke ich öfter. Vielleicht freut er sich ja. Vielleicht aber auch nicht, vermeldet mein Verstand. Wir sind freundschaftlich distanziert manchmal immer noch verbunden. Ich mit dem Ganesha-Mann. Ja, diese Formulierung trifft es gut, finde ich. Ich nehme die Decke vom Stapel und lasse mich auf das Meditationskissen sinken. Das große Kissen darunter polstert meine Knie. Dann hänge ich mir die Decke um die Schultern und am Mist. Meine Meditationsuhr ist eine App. Vergessen. Im Handy. Und das liegt im Arbeitszimmer. Ich stehe nochmal auf, schwinge durch den Flur Richtung Arbeitszimmer. Meine Decke schwingt mit mir. Im Arbeitszimmer greife ich mein Handy und schwinge zurück in mein Schlafzimmer. Im Flur lupft Emmy kurz ein Augenlid nach oben und beobachtet mich. Ich glaube, Emmy macht sich ihre ganz eigenen Gedanken über mich. Wieder lasse ich mich aufs Meditationskissen sinken. Ich stelle meine Meditationsuhr. 33 Minuten werde ich jetzt in der schönen Energie von gestern baden. Einfach nur atmen und die Leere in meinem Kopf genießen. Die Abwesenheit von Gedanken feiern. Mit mir. Warum 33 Minuten? Weil 3 meine Lieblingszahl ist. Nur 3 wäre mir zu kurz und 3 plus 3 auch. 33 Minuten ist genau richtig. Ist so ein Zahlending, das ich im Kopf habe. Ich versinke in mir selbst und atme. Zähle den Atem. Ich scanne meinen Körper. Stille breitet sich aus. Ich fokussiere mich gedanklich auf meinen Hinterkopf. Versuche die Stelle zu finden, wo ich die Leere meiner Gedanken erreiche. Die Leere, die durch Fokussierung und Atmung entsteht. Jedenfalls bei mir ist das so. Friedliche, beschwingte Stille in meinem ganzen Körper. In meinem Herzen. Lange. Sehr schön. Lange. Dann geht der Gong. Ganz leise. Gut hörbar. Ich habe daran gedacht, die Lautstärke der Meditations-App zu kontrollieren. Der Gong hat mich einmal fast vom Kissen geblasen. Damals habe ich die Lautstärke nicht kontrolliert. Es hörte sich an, als würde ein tibetanischer Mönch mit Supermuckis einen Gong mit 5 Meter Radius direkt in meinem Schlafzimmer schlagen. Neben meinen Ohren. Mitten in meine Stille. Heute falte ich meine Hände vor der Brust und verneige mich. Ich danke für die schöne Meditation. Gott, dem Universum und allen, die da so auf meinem marokkanischen Buddha-Tisch stehen. Dann rutsche ich auf meinen Knien über den Teppich an den Tisch und schnappe mir Ganesha. Ganesha und ich haben nach meiner Meditation oft noch ein Einzelgespräch. Ich nehme Ganesha zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände und schaue ihn an. Oft denke ich kurz an die vergangenen Jahre zurück und was sich alles geändert hat. Wie sehr mein ganzes Leben sich doch verbessert hat, lebenswert geworden ist. Und ich still und zufrieden. Demut ist ein großes Wort. Ich habe Demut vor dem Leben. Ich habe mich ihm anvertraut, seinem Flow und wurde für mein Vertrauen belohnt. Nach meiner morgendlichen Meditation stelle ich mich oft ein paar Minuten in den Kopfstand. Mir fließt dabei das Blut so herrlich in den Kopf. Raus aus den Beinen. Perspektivwechsel. Ich frage mich jedes Mal, ob meine Bypässe halten oder einfach in meinem Kopf platzen. Es ist wohl auch dieser Nervenkitzel, der mich belebt. Ich werde mich auch heute auf den Kopf stellen. Dabei ist es wichtig, dass Emi nicht zu mir spaziert und mir gerade in dem Moment, wenn ich auf dem Kopfstandständer am Kopfstand stehe, ihre feuchte Hundenase ins Gesicht steckt und mich abschlabbert. Weil sie mit mir ihr Leben feiern möchte oder einfach etwas zu fressen haben will. Ich schaue mich flüchtig um, Richtung Flur. Ich sehe und höre nichts. Emi scheint noch still auf ihrem Kuschelkissen im Flur zu ruhen. Also stehe ich langsam von meinem Kissenstapel auf, werfe die Decke auf mein Bett und gehe zum Kopfstandständer. Kurz danke ich dem Leben, dass ich noch nie vom Kopfstandständer nach rechts weggekippt bin, um auf dem Buddha zu landen. Das wäre echt uncool und wahrscheinlich schmerzhaft. Ich gehe in die Hocke. Von Emi ist immer noch nichts zu hören. Ich stecke meinen Kopf in die Kopföffnung. Dann hebe ich meinen Hintern an und lege meine Schultern auf den Rand der Kopföffnung. Hocken vor der Kloschüssel und Kotzen sieht ganz ähnlich aus. Jetzt, vorm Kopfstandständer, strecke ich meine Beine durch und schiebe meinen Hintern ganz langsam über den Kopf. Mein Rücken streckt sich und die Beine verlieren ganz langsam den Bodenkontakt. Ich winke sie kurz an, um sie dann nach oben zu strecken. Ich stehe. Auf dem Kopf. Im Kopfstandständer. Ich habe ihn mir vor Jahren gekauft, nachdem ich beim Schweigen in Mexiko herausgefunden hatte, dass ich durch Kopfstand schnell einen Perspektivwechsel herbeiführen kann. Und Angst hatte, dass mein Körpergewicht für meinen zersäckten und mit Stahlplatten zusammengetackerten Kopf vielleicht zu viel wäre. Die ersten Sekunden im Kopfstand sind rauschend. Meine Beine sind dankbar für die Entlastung, wenn das Blut aus ihnen fließt. Rein in meinen Kopf. Das ist der Moment, wenn ich auf meine Bypässe lausche. Ich experimentiere gerne. Heute versuche ich zu schlucken. Und bewundere wieder einmal, wie schwer das im Kopfstand ist. Die letzten Wochen waren entspannt. Das Tanzen hat meinen Körper ganz weich gemacht. Das Singenwochenende auch. Ich grätsche die Beine. Ein lauter Muschifurz entfleucht mir. So ein typischer Yoga-Muschifurz, wenn die Luft aus dem Becken entweicht, weil das Becken über dem Kopf ist und der Beckenboden weich und entspannt. Unbeherrschbar. Nicht verkneifbar. Nicht steuerbar. Ich bin meinen Muschifurzen hilflos ausgeliefert. Kann ihnen nur zuhören. Und versuchen, wenigstens ein intelligentes Gesicht zu machen. Das brauche ich heute nicht, denn ich bin ja allein. Allerdings ruft das laute Ballern aus meinem Inneren Emmy auf den Plan. Ich höre, wie sie aufsteht und langsam über die Dielen in mein Zimmer trappelt. Aus der Kopfstandperspektive sehe ich, wie sich Emmys Kopf langsam um die Bettegge schiebt. Sie sieht mich an und verharrt augenblicklich in ihrer Bewegung. Emmy ist eine sehr aufmerksame Hündin. Sie hört alles und bemerkt jede Veränderung. Sie studiert auch jede Veränderung, eingehend und mit ernstem Blick. Wenn ihr die Veränderung gruselig erscheint, bellt sie. Das tut sie heute zum Glück nicht. Allerdings hat sie mich noch nie auf dem Kopfstehen gesehen, weil ich ihr eigentlich meine Zimmertür vor der Nase zumache. Heute schaut sie mich fragend an. Auge in Auge stehen wir uns gegenüber. Ich verkehrterum in meinem Kopfstandständer. Sie richtig rum auf allen Vieren auf dem Teppich. Sie zögert und scheint erstaunt, mich so zu sehen. Gerade fange ich an zu überlegen, wann ich am besten den Mund aufmache, um Emmy das Kommando zu geben, dass sie bleiben soll, wo sie ist. Ich öffne den Mund. Der Druck, den ich fürs Sprechen benötige, leitet sich direkt weiter in mein Becken und knattert die Wumms. Der nächste Muschifurz knallt in den Raum. Emmys Blick ruckt von meinen Augen weg nach oben. Dorthin, wo sie den Knall vermutet. Ich schaue Emmy fasziniert an. Die Sinne von Hunden finde ich immer wieder fantastisch. Emmy allerdings ist hochkonzentriert und blickt mir jetzt wieder in die Augen. Ganz langsam setzt sie eine Pfote vor. Was mich zur Zufahr anlasst, wieder meinen Mund zu öffnen, um ein Kommando abzugeben. Ich möchte in dieser Position nicht von meinem Hund geküsst werden. Gleiches Spiel wie eben. Der nächste Muschifurz donnert aus mir raus. Emmy bleibt abrupt stehen und ihr Blick schießt wieder nach oben. Sehr ernsthaft betrachtet sie mich auf meinem Kopfstandständer. Falschrum. Die, die Muschifurze absondert. Es ist um mich geschehen. Ich muss laut lachen über die Situation und Emmys Verhalten. Ich rolle mich zusammen und lasse mich koordiniert vom Ständer plumpsen. Laut lachend hocke ich auf dem Boden. Ich habe Glück gehabt. Muschifurze riechen nicht. Das heißt, Emmy hört sie, aber nimmt nicht die Fährte auf. Das ist bei Arschfurzen anders. Da ist es schon passiert, dass ich versucht habe, einen Pups unbemerkt loszuwerden und mich dann mit Emmys Schnauze im Hintern wiederfand. Wie gesagt, Emmy hat ihren eigenen Geschmack. Damals war meine ganze Tarnung aufgeflogen. Meine Kinder wussten sofort Bescheid. Emmy ist immer in der gleichen Energie wie ich. Deshalb tanzt sie jetzt ausgelassen um mich und den Kopfstandständer drumherum. Sie versucht, mich abzuschlabbern und anzuknabbern. Sie drückt ihren Hundekopf in meinen Bauch. Es ist ihr Liebesbeweis. Emmy liebt mich, auf Emmy-Art. Ich kann das fühlen. Ich kann die ganze Welt fühlen und das Universum. Auch meine Mutter liebt mich, auf ihre Art. Liebe ist individuell und universell. Beides gleichzeitig. Ich sitze am Steuerrad meines Lebens. Und wenn ich furze, dann furze ich. Scheißegal, was andere von mir denken. Vor ein paar Tagen bin ich beim Tanzen wieder auf den Stinker getroffen. Die Wochen zuvor hatte ich mich ertappt, dass ich das Tanzen schwänzte, weil ich trotz Platzwechsel vor Tanzbeginn immer wieder auf ihn traf. Etwas in mir hat sich verändert. Denn als der Stinker auf mich zukommt, höre ich mich sehr laut und deutlich sagen. Nein, ich tanze mit dir nicht. Nie wieder. Die Gruppe verharrt kurz und wird ganz ruhig. Da lacht der Stinker und der Tanzlehrer lässt den Stinker fortan an mir vorbeitanzen. Du bist aber mutig, Sabine. Das traue ich mich nicht, sagt an dem Abend eine Frau aus meinem Tanzkurs zu mir. Bin ich das? Ich finde, das ist gelebte Selbstliebe, antworte ich. Ich suche mir aus, wer mich anfassen darf. Dann lausche ich kurz auf Stimmen aus meinem inneren Team. Ich höre nichts. Sie strahlen alle in Ruhe und Frieden. Ende. Ja, das war richtig schön, dir zu lauschen. Ich möchte gerne mehr davon, aber ich möchte erst mal was erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist nicht auf mich zugekommen, sondern auf der Buch Berlin bin ich auf dich zugekommen. Ich bin so den Gang entlang gelaufen, habe dein Buch gesehen und dachte, wow, was ist das denn? Und habe dir einfach mal eine Karte in die Hand gedrückt. Stimmt. Und Gott sei Dank hast du dich gemeldet. Auf den Tisch gelegt? Nee, in die Hand gedrückt. Stimmt. Nee, nee, in die Hand gedrückt. Stimmt. Genau, du warst gerade im Gespräch. Ich wollte dich gar nicht stören, habe dir einfach die Karte gegeben und dachte, okay, sie wird sich melden. Das habe ich. Genau. Und das ist wirklich richtig toll. Ich wollte es nur mal kurz erzählen, weil sonst ist es ja immer genau andersrum. Aber wie gesagt, dein Buch hat mich einfach gepackt. Das Aussehen. Da dachte ich so, wow. Der Titel, das muss ein Hammerbuch sein. Und so ist es ja auch. Vielleicht magst du mal so ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch erzählen. Ja, ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt. Ich habe, nachdem ich ausgestiegen bin aus der Wirtschaft, viel Zeit gehabt und auch das Geld gehabt, um mir Zeit für mich zu nehmen und mal zu gucken, was ich überhaupt machen will. Und habe dann professionell das Schreiben gelernt. Also habe wirklich viele Schreibkurse gemacht und habe immer meine Emotionen aufgeschrieben. Und dann wurde ja, wie gesagt, dann war ich irgendwann bei einer Lesung und habe die Zwinger-Club-Geschichte vorgelesen. Oder einen Teil aus der Zwinger-Club-Geschichte. Und da fragten mich die Veranstalterinnen, wie eigentlich das Buch heißt, aus der diese Zwinger-Club-Geschichte ist. Und da habe ich dann erkannt, okay, ich kann ein Buch daraus machen. Und kann die Geschichten eben in der Heldenreisenstruktur anordnen, so wie ich sie auch erlebt habe, weil mein Leben ja auch tatsächlich eine Heldenreise war. So diese Suche nach mir selbst und die Befreiung von meinem alten Ich, von meinem konditionierten Ich. Und so ist das Buch entstanden. Was vielleicht noch ganz lustig ist, ich habe mich ganz schwer getan mit dem Klappentext und mit dem Titel. Das Buch hatte ganz lange einen anderen Titel, hieß, glaube ich, irgendwie Wahrheit und eine Geschichte über die Suche nach der Liebe. Und ich konnte auch den Klappentext nicht schreiben. Und dann hatte ich irgendwann einen Lauf und habe den Klappentext geschrieben, so wie er jetzt auch ist. Und habe dann in meiner Autorinnenrunde, ich sitze öfter mit verschiedenen Autorinnen zusammen, habe da eigentlich gestöhnt und gemeckert, dass mir kein richtiger Titel einfällt und hatte dann die Eingebung und habe gesagt, wisst ihr was, das heißt eigentlich, es heißt Kotze, Angst und Swinger Club, eine wahre Geschichte über die Suche nach der Liebe. Und dann haben die anderen Autorinnen sich gebogen vor Lachen und meinten, ja, ganz genau, Sabine, das bist genau du und das ist dein Buch und passt der Titel, musst nichts anderes mehr überlegen. Und dann fertig. So ist es zustande gekommen. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Du bedienst in deinem Buch ja mehrere Genres. Wie kam es dazu? Na, ich habe das Schreiben gelernt nach Heldenreisestruktur. Es war mir also immer klar, wenn ich ein Buch schreibe, ist es die Heldenreise, damit ist es Belletristik. Ich wollte aber auch immer was vermitteln und ich habe immer probiert, über fremde Protagonisten zu schreiben. Das ist mir nicht gelungen. Ich konnte immer nur über mich selbst schreiben. Dadurch ist es eben autobiografisch geworden und Belletristik und ein Stück weit, wenn man es durchliest und an sich ranlässt und verinnerlicht, ist es auch ein Ratgeber. Ich kann daraus Sachen ziehen, um Bewusstwerdung zu betreiben, um letztendlich mein konditioniertes Ich loszuwerden und zufrieden und resilient und glücklich zu werden. Weil wenn ich mich selbst fühle und weiß, wer ich wirklich bin und mein wahres Ich lebe, dann bin ich automatisch zufrieden, weil ich dann nur noch mache, was sich gut anfühlt. Ja, so sind die verschiedenen Genres zusammengekommen. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder einen besonderen Ort oder vielleicht hast du auch mehrere Orte? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Vielleicht hast du auch Rituale? Ich habe tatsächlich ein Schreibzimmer, aber ich muss ganz oft den Ort in der Wohnung wechseln und das passiert dann intuitiv und aus einer Laune heraus. Ich sitze in meinem Schreibzimmer, aber manchmal schnappe ich mir dann den Laptop und setze mich ins Wohnzimmer, einen Esstisch, um dann da einen anderen Blick und eine andere Atmosphäre zu haben. Und wir haben noch ein Erkerzimmer, da steht auch ein Schreibtisch drin und manchmal muss ich eben in dieses Erkerzimmer. Ich weiß nicht, wonach das geht. Das sagt mir mein Inneres und ich folge dem dann auch einfach nur, weil sonst fließt auch kein Text aus mir raus. Und Rituale habe ich nicht so richtig. Also wenn du jetzt anfängst zu schreiben, zum Beispiel am Schreibtisch, du hast dann keine besonderen Gegenstände auf dem Schreibtisch liegen? Ich habe Bilder von meinen Kindern an den Wänden zu hängen und ich habe einen inspirativen Kalender zu hängen und ein Bild aus Indien, von meiner Indienreise. Tatsächlich mit Ganesha in einem goldenen, also die indischen Sachen sind ja manchmal sehr kitschig und das ist ein ganz buntes Bild von Ganesha in einem goldenen Rahmen. Das hängt hier. Und irgendwann hatte ich mal die Erkenntnis, dass ein ganz freigeräumter Schreibtisch das Beste ist für mich, um mich nicht ablenken zu lassen. Also ich habe tatsächlich einen ganz aufgeräumten Schreibtisch, wo mich nichts ablenken kann. Außer ich habe dann irgendwann wieder mal, weiß ich nicht, eine Lebenskrise und dann liegt ganz viel Zeug auf dem Schreibtisch rum und dann irgendwann räume ich das ganz viel Zeug dann wieder weg. Es ist ein ständiger Kreislauf. Also die einzige Konstante in meinem Leben ist die Veränderung. Kein konstantes Ritual. Okay. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja bei jedem anders. Wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Ich habe früher in meiner Jugend schon ganz viel geschrieben, habe hunderte von Seiten Tagebuch gefüllt und habe das immer für mich genutzt, um runterzukommen, glaube ich, aus dem echten Leben. Und es hat mich erfüllt. Ja, und das habe ich dann angefangen, nachdem ich aus meinem Kopf Wirtschaftskarrierejob ausgestiegen war. So bin ich zum Schreiben gekommen. Das wollte ich. Ich hatte tatsächlich mal am Ende meiner Zeit im Konzern ein Video gesehen, wo steht, dass man seine Träume manifestieren kann. Und der, der das gesagt hat in dem Video, hat gesagt, ja, er hat seinen Traum auf einen Zettel geschrieben und den trägt er immer in seinem Portemonnaie mit sich rum. Das war ein Schauspieler. Ich glaube, Tom Cruise oder so. Und da habe ich gedacht, ja, ich möchte irgendwann mal vom Schreiben leben können und habe mir einen Zettel genommen. Und ich glaube, das war im November 2018 und habe draufgeschrieben, ich möchte in drei Jahren vom Schreiben leben können. Und das war sehr interessant, weil seit 2018 hat tatsächlich mein Leben sich komplett ausgerichtet aufs Schreiben. Ich habe irgendwann dann noch dazu geschrieben, vom Schreiben und Reden leben können, weil ich bin auch noch Speakerin. Aber das funktioniert mit dem Träume manifestieren. Ich habe dann tatsächlich meinen Job im Konzern abgewickelt. Das hat alles seine Zeit gebraucht. War dann noch freigestellt und habe dann mit dem Schreiben angefangen und habe Schreibkurse besucht und habe dann geschrieben. Und inzwischen habe ich auch eine Rednerausbildung gemacht und rede auch regelmäßig in einem Rednerclub. Träume manifestieren funktioniert. Das ist gut zu wissen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich höre mir selbst zu ganz viel und ich bringe mich sehr gerne immer wieder in Situationen außerhalb meiner Komfortzone, um dann meine Gefühle und mein Verhalten zu analysieren. Und tatsächlich, um meine Angst zu erforschen und den Schmerz zu erforschen, um dann die Angst und den Schmerz zu überwinden. Das hat den einfachen Grund, das hört sich jetzt krass an. Aber ich habe da inzwischen ganz viel Übung drin, was ich ja auch in dem Buch beschreibe. Und das ist so wertvoll und das ist so reichhaltig, weil das, was ich dadurch gewinne, ist eine absolute Lebensqualität. Ich bin selbstbestimmt und ich bin geistig frei, weil ich nicht mehr diese konditionierte Fremdbestimmung in meinem Kopf habe, die mir immer sagt, was ich machen muss. Deswegen gehe ich den Weg gerne, eben mich selbst zu analysieren. Und inzwischen mache ich das halt auch gerne mit anderen Menschen. Ich beobachte unheimlich gerne andere Menschen und versuche dann, in die Essenz reinzugucken von den Menschen. Und durch das Ego durch und da ich das so viel mit mir selbst gemacht habe und meine Verhaltensmuster erkannt habe, kann ich eben die Verhaltensmuster auch einfach bei anderen Menschen erkennen und kann die richtigen Fragen stellen. Und ich inspiriere Menschen gerne, damit sie einfach glücklich werden, zufrieden und glücklich werden und ihr Ego irgendwie in den Griff kriegen. Das ist das, was mich bewegt in diesem Leben. Das hört sich richtig gut an. Klasse. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Bei Social Media. Aus meiner Vergangenheit heraus bei LinkedIn. Sabine-Schumann-Emotions. Dann habe ich eine Webseite. Und auf der Webseite sind unten im Futter tatsächlich auch alle Social Media Accounts verlinkt. Ich bin noch bei Instagram. Und ich bin auch bei Facebook. Und ich habe jetzt angefangen, ein paar Videos bei YouTube einzustellen. Da gibt es zum Beispiel den Prolog aus meinem Buch, vorgelesen von mir als Video. Der Kanal, ja das ist verlinkt über meine Webseite. Und die heißt SabineSchumann.net. Und alles zusammengeschrieben. Sabine Schumann zusammengeschrieben. Punkt. Nett. Genau. Also wer jetzt wissen möchte, wo man dich überall findet, am besten einfach auf die Webseite bei dir. Und da hast du ja alles ordentlich zusammengetragen. Unten im Fuß, auf dem Fuß der Webseite, da steht das alles. Genau, es ist alles verlinkt. Genau, das ist doch super. Das ist super einfach. Dann muss man nicht überall erst gucken, sondern bei dir einfach auf der Webseite ist eine richtig gute Idee. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Das Buch könnt ihr bei mir direkt kaufen. Das geht über besagte Internetseite. Da gibt es ein Kontaktformular und da sagt er mir Bescheid und dann schicke ich euch das zu. Wenn ihr das direkt bei mir kauft, bekommt ihr halt eine Autogrammkarte mit dazu. und eine Widmung ins Buch und es gibt es sonst auf allen gängigen Plattformen. Es gibt es in jedem Buchladen, also es ist gelistet. Ja, es gibt es als Kindle und es gibt es auch als EPUB auf den anderen E-Book-Plattformen. Alles, was nicht Amazon und Kindle ist. Ja, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Was wünsche ich mir von meinen Lesern? Ich wünsche mir ehrliches und aufrechtes Feedback in Form von Rezensionen natürlich. Die Rezensionen gibt es auch ein Rezensionstool bei mir auf der Internetseite. Da kann jeder seine Rezension direkt hinterlassen bei mir. Und ich würde mich total freuen, wenn ich ein Feedback bekomme, was das Buch bei dem Einzelnen, ob es irgendwas verursacht hat oder veranlasst hat oder den Leser dazu inspiriert hat, irgendwas anders zu machen oder abzubiegen, was Neues auszuprobieren. Das würde mich wirklich erfüllen und freuen. Das ist auch das, was ich mit meinem Buch erreichen möchte. Die Menschen inspirieren, sodass sie glücklich und zufrieden leben können. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Interessant auf jeden Fall. Du hast wirklich ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich hoffe und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir noch ganz viel von dir hören werden. Wenn du eine Lesung machst, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Ich bin sofort dabei. Ich bin im Publikum und lausche dir, weil ich das ganz toll finde, was du da geschrieben hast. Und bitte mach weiter. Ich möchte total gerne auf die Lesebühne kommen. Sehr gerne. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich angesprochen hast und dass du mir die Karte hinterlassen hast. Und dass ich auch immer nochmal nachgehackt habe. Weil ich glaube, ich bin ein paar Mal abgebrochen, weil ich so überfordert war mit verschiedenen anderen Sachen. Und dann kam immer nochmal die Nachfrage, du hast doch gesagt, willst du die Lesung machen, willst du immer noch? So, danke dafür, dass ihr dran geblieben seid. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immer gerne. Also ich werde immer wieder nachpiksen und fragen, was ist jetzt? Kommst du auf die Lesebühne? Also du bist herzlich eingeladen und ja, vielen Dank. Ich danke dir. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.